Er ist nicht nur der erfolgreichste Schweizer Winter-Olympionike. Simon Ammann ist mit vier Goldmedaillen auch der erfolgreichste Skispringer bei den olympischen Einzelwettbewerben. 2002 in Salt Lake City gewann der mittlerweile 32-Jährige wie aus dem Nichts Gold, auf der Normal- und auf der Großschanze. 2010 setzte er in Vancouver mit den Olympiasiegen 3 und 4 noch einen drauf. Im selben Jahr gewann Ammann auf den Gesamtweltcup und wurde zum zweiten Mal Schweizer Sportler des Jahres. Dazu gesellt sich noch ein Weltmeistertitel. Sportlich bleiben da kaum noch Wünsche offen. Einzig der Gewinn der Fischanzentournee fehlt dem Hobbypiloten. Bei der diesjährigen Ausgabe belegte er den dritten Platz. Nun stehen die olympischen Spiele in Sochi an und Simi will am liebsten wieder feiernd nach Hause fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017